Das Bündnis der Steine 13 Edelsteine 13 Tugenden für den Frieden Wieder steht Geronimo vor einer großen Aufgabe. Asor, der König der Drachen, schickt ihn gemeinsam mit Deborah, Harak und der jungen Seherin der fliegenden Schweine aus, um die 13 Steine des Friedens zu finden und in den Zauberwald zurückzubringen. Denn vor langer Zeit wurden sie von den Menschenkönigen gestohlen. Jeder Edelstein birgt eine Dugend in sich und um die Steine finden zu können, müssen Geronimo und seine Freunde diese Dugenden zuerst in sich selbst zum Leben erwecken. Aber die Zeit drängt, denn der Zauberer Semadar hat den Kostbarsten der edlen Steine an sich gerissen und damit das Gleichgewicht der Natur bedrohlich gestört. Und auch er sucht nach den anderen Edelsteinen. Eine abenteuerliche, berührende und auch spirituelle Geschichte über die Kraft der Freundschaft und den Weg der Liebe zu sich selbst und zum wahren Frieden.